Bist? Mein Name ist Michael Venus. Und du hast? Regie geführt bei Schlaf. Im Film geht es um? Traum, Trauma, Schuld, Verdrängung und die Wiederkehr all dessen. Ein guter Psychothriller zeichnet sich dadurch aus, dass? Erfesselt. Albträume gehören zum Leben, weil? Sie uns menschlich machen. Abgründe tun sich auf, wenn? Wir am Leben sind. Mich fasziniert das Thema, weil? Wir alle mit Abgründen beschäftigt sind. Und daraus lässt sich lernen? Es einerseits zeigen kann, was sehr nah an Film ist und andererseits auch sehr viel sagen kann, was ein Mensch ist. Und mentale Gesundheit bedeutet? Sicherheit. Dorfidole täuscht, weil? Weil sie Traum und Albtraum sein kann. Verstören des Kinos wichtig, weil? Es ein Trainingslager für die Psyche sein kann. Die Kunst beim Spiel mit der Angst ist? Zu bewegen. Licht in das Dunkle bringen heißt? Das Dunkel im Blick behalten. Von einem Fluch lässt sich befreien? Man ihn umarmt. Mutig ist der, diejenige, der die? Seine Angst kennt? Was ich der Welt schon immer einmal sagen wollte ist? Zu viel. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.